Hallo, ich bin's, Katrin aus der Region Hannover. Vor ein paar Wochen habe ich euch ja das Video gezeigt mit meinem komischen Melkstand. Eine Seite Fischgräte, eine Seite Sight by Sight. Und nun zeige ich euch mal, wie es tatsächlich leicht und in Farbe hier mit dem Melken funktioniert. Bis zum nächsten Mal. So, heute zeige ich euch mal, wie ich melke. Und zwar melken wir erst vor. Dann machen wir mit einem feuchten Tuch sauber. Und dann müssen wir ungefähr eine halbe Minute noch abwarten, dass die Milch eingeschossen ist. Dafür gehe ich zur nächsten Kuh und melke diese vor. Nun setze ich das Melkzeug an. Die Melkphase dauert jetzt zwischen 5 und 8 Minuten. Und durch die Milchmengenmessung nimmt das Melkzeug automatisch ab, wenn ca. 300ml nur noch in einer Minute kommt. So, die Kuh hat abgewärmt. Jetzt zum ersten Mal. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Hier Mal. Dominik. Ja, ich bin's. Das Kuh hat abgewärmt. Jetzt zum Ende bitten wir sie. Das Ein Desinfektionsmittel und ein Pflegestoff, der wird jetzt zum Ende an die Tisten hier geben. So, und jetzt ist die Crew fertig. Bis zur nächsten Melkzeit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne mal melden. Und sonst bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Tschüss. Schöne Grüße.